Hallo ihr Lieben, wir sind im Autohaus Rolf und ich sitze hier in einem Auto, das man ganz schnell zum Camper umbauen soll. Herr Weise, stimmt das? Na klar, wollen wir das mal machen? Oh ja! Dann kommen Sie mal mit. Dann müssen wir einmal hier oben den Griff, können wir das hier einmal umsetzen. Dann einmal das hier nach vorne ziehen, das muss jetzt einmal hier oben hochklappen. Ja, das kriege ich hin. So. Und dann einfach nur noch mit den Halteösen hier an den Seiten oben einmal befestigen. Habe ich gemacht. Und schon fertig. Haben wir es stehen. Wollen wir hinten nochmal gucken, da gibt es auch noch was. Hier ist nämlich auch noch was. Und zwar hier aufmachen. Einmal den Klappen hier oben. Und dann darf ich? Ja klar. Das coolste an der ganzen Sache. Der Herd. Und das Ganze kriege ich im Autohaus Rolf. Und wie viel kostet das? Für 2500 Euro. Cool.